Der Single Leg Remain and Deadlift ist eine spitze Übung, um die ausgeruchter Tore der Hüfte, speziell um den Bioteros Regis Maximus zu aktivieren und in der Koordination mit einzubinden. Allerdings auch eine super Übung, um die Oberschenkelrückseite zu kräftigen. In der Austauschposition hast du gleich ein Standbein, da steigt man minimal gewollt. Über die Zeh und Ferse hast du den Stärkpunkt genau in Fußmitte. Du lässt das Becken gerade und versuchst das freie Bein gestreckt über die Hüfte nach hinten zu führen, sodass dein Rücken in der Tendenz gerade bleibt, damit die Übung auch Standwaage im Deutschen und versuchst ganz langsam runter zu gehen, sodass du den Oberkörper mit dem Bein zusammen auch total erheben lässt. Versuchst das für ein paar Sekunden zu stabilisieren und über das Gesäß die Hüfte über einen Tag wieder zu strecken. Die Phase runter ist entscheidend. Wichtig ist bei der Übung, dass du auf die Stabilisierung deiner Knieachse achtest. Dass das Knie nicht nach innen geht, sondern immer nach außen geführt wird, bei zeitgleicher Stabilisierung über den Popo. Den solltest du auf jeden Fall spüren. Von vorne noch einmal gezeigt. Beine angehoben. Beine nach hinten. Achte auf das Knie. Das versuche ich beim dicken Zehen immer verankert nach außen zu führen. Kontrolliert. Hier im Gesäß die Sprachspannung zu spüren. Tappen. Und dann in die nächste Wiederholung zu gehen. Eine der beiden Seiten wird auf jeden Fall schwerer vorkommen. Versuch auf jeden Fall bei der schwereren Seite vielleicht sogar langsamer in den Hip-Hinge, in das Zurückführende Hüfte zu gehen. Und noch mehr auf das Rausdrehen des Knies zu achten und daran zu arbeiten. Viel Spaß!